Schwabenhaus Doppel-Wärmepumpe EcoPlus – ein System für Ihr neues Haus, das Sie begeistern wird. Es vereint nachhaltige Lüftungs- und Wärmepumpentechnologie für moderne Häuser in Holzrahmenbau-Warmbauweise in einem platzsparenden und komfortablen System. Proxxon kann heizen, aktiv kühlen sowie entfeuchten und sorgt in der Übergangszeit für schnelle Temperaturveränderungen. Frische, saubere Luft in allen Räumen und warmes Wasser. Die beiden Wärmepumpen benötigen wenig Platz und können problemlos im Hauswirtschaftsraum oder im Keller installiert werden. Waschmaschine und Trockner finden Platz unter dem Zentralgerät. Das hochmoderne Rohr- und Verteilersystem versorgt von dort aus das ganze Haus rund um die Uhr mit warmer oder gekühlter und entfeuchteter Luft. Das geschieht völlig zugfrei und so leise, dass man es nicht wahrnimmt. Die verbrauchte warme und feuchte Abluft wird über ein separates Rohrnetz zum Zentralgerät geleitet. Beim Heizen wird ihr dort die Energie über Wärmerückgewinnung und Wärmepumpe entzogen, bevor sie nach außen befördert wird. Die von außen einströmende gereinigte Frischluft wird so vorgewärmt, falls nötig durch die Luft-Luft-Wärmepumpe weiter temperiert und strömt dann in die einzelnen Wohnräume. Die leicht zu tauschenden Filter sorgen für saubere Luft, reduziert um Pollen, Feinstaub und Viren. Stellen Sie in jedem Raum Ihre jeweilige Wunschtemperatur per Bedienelement, Sprachsteuerung oder App ein. Die Schlafräume lassen sich während der Heizperiode optional elektronisch einstellen. Rasche Temperaturveränderungen sind möglich. Über die App lassen sich von überall auch wichtige andere Funktionen wie Luftmengen, Wassertemperatur oder die Grenzwerte für die Luftqualität wie CO2 und relative Feuchte einstellen. In den Feuchträumen wie Bäder oder WCs wird nur Luft abgesaugt, um Geruchs- oder Feuchteübertragungen in die Wohnräume zu verhindern. Beim Duschen oder Baden sorgt dann zum Beispiel ein Handtuch-Wärmekörper mit Schnellheizer oder eine Dünnbett-Fußbodenheizung schnell für angenehme Temperaturen. Die Proxon-Technik kann auch mit der Feuerstätte im Wohnbereich kombiniert werden. Indirekt wird überschüssige Wärme über die Zuluftrohre einfach und effizient auf andere Räume übertragen. Proxon sorgt auch für eine höchst effiziente Warmwasserbereitung. Die eigens dafür eingesetzte Trinkwasser-Wärmepumpe nutzt dafür die Abwärme der Fortluft oder die Frischluft. Da die Sommer immer heißer und die Übergangszeiten immer länger werden, kommt der Kühlung und Entfeuchtung hochgedämmter Gebäude eine besondere Bedeutung zu. Mit Proxon erreichen Sie mit ausreichender Beschattung des Gebäudes ein herrlich angenehmes Raumklima. Ein absolutes Highlight dieser Technik. Daher bietet sich die Ergänzung einer Photovoltaikanlage eventuell kombiniert mit einem Batteriespeicher an. So erreichen Sie kostenfreies Kühlen und Entfeuchten im Sommer. Saubere Luft. Reduziert um Pollen, Feinstaub und Viren. Angenehme Temperaturen das ganze Jahr über. Energiesparen, nachhaltig und hervorragend kombinierbar mit Photovoltaik und Feuerstätte. Sprechen Sie mit der Fachberaterin oder dem Fachberater Ihres Hausherstellers, damit Sie Proxon direkt mit Ihrem Traumhaus bestellen können. Schwabenhaus Doppelwärmepumpe Eco Plus Sprechen Sie mit dem Arbeitsmarkt. Sprechen Sie mit dem CD3. Sprechen Sie mit der Fachzahrikäuren baits, Vielen Dank.